Ich dachte, das war's jetzt. Mein Elterd, der spielt hier aber auch mit uns. Nun beginnt der wahre Spaß. Battle Royale. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und vor, hang auf! Nee, oder? Gegen den, dass wir endlich... Ach, komm, Alter. Ähm... Ja. Ich krieg dich schon dran. Muss kurz nachladen. Einfach mal ins Inner. So, jetzt ab kurz zu schieß. Ich bin... Ich bin mal kurz weg. Halt, 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 halt. Ich hab gesagt, stopp. Nachfahren. Oh, das Geschick noch weg. Oh. Warte. Ich brauch kurz... Wenn ich auch. Lauf, kleines Hirsch. Lauf, lauf, lauf. So, bleiben wir kurz stehen. So, guten Tag. Zahnreinigung. Nee, ich würde nicht davon ausgehen. Na, sieh eine an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Hälschen. Er ist nicht tot. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung. Noch einer. Ähm. Komm, Alter. Fuck you. Lass mich kurz durch. Lass mich arzt. Ich bin durch. Ja, dat brauch ich. Dat brauch ich. Achtung. Hallo. Auf falsche Richtung. Nö. Ach du, scheiße. Der war versammelt. Ich bin durch. Ich bin durch eine Entschlossenheit. Wurden nutzlos sie auch sein. Achtung. Alter. Oh, fuck. Alter, ich muss jetzt mal... Das Klein-Vie ist weg. Oh, Klein-Vie ist da. Ach komm, Alter. Der wird wahrscheinlich auch wieder 3-Fassen haben. Jetzt ist es wieder weg. So, bist du wie der alte Vater? Komm. Du wolltest das so. Du bist... Fühlst du dich nicht unterhalten? Komm. Komm. Kommt mal her, ihr beiden. Das soll eine Show sein? Ja, ja, ich weiß. Ist auch langweilig. Äh, ups. Danke für die Munition. Idioten. Uh. Jetzt 4. Lass mich. Lass mal. Ich muss mal kurz... Oh. Oh. Oh, lol. Warum ist hier so viel? Wo bist du? Da bist du. Okay, an deinem Rücken. Got you. Willst du mal was? Cheapen, Alter. Au. Haltstoff. So, ich mach mal kurz eine Rückenbehandlung, ne? Kleine Massage. Gehört zum Service. Komm mal davon, wo kommst du denn jetzt schon wieder? So, okay, von da. Handschuh auf dem Boden. Richtig wieder. Und dann komm ich von hinten. Okay. Ja, meine Fresse. Dauert ein bisschen. Gut, Ding, will Pfeile haben. Rücken kurz. Dauert. Noch einen kleinen Ticken. Macht der jetzt. Hey, hier sind... Wir sind Figuren zwischen uns. Du kannst mich mal. Willst du aufkommen? Da ist die Munition. Meine erste Stärkirche, die brauche ich auch sehr dringend. Ich habe nicht noch zufällig ein paar Kugeln? Nö. Also Kugeln meine ich. Kommt der, oder? Ach du Scheiße, der kommt angelaufen. Boah. Wurde mal so richtig. Lauf schneller, Alter. Du, lass dich, lass dich von mir nicht aufhalten. Ich guck hier eh gerade was. Nicht noch. Oh. Boah. Boah. Willst du... Äh. Ne. Ähm. Wie ist denn das, wenn ich keinen Schuss mehr habe? Ah, der hat sich erledigt. Nutzlose Kreatur. Was für eine Enttäuschung! Was soll's? Dein Tod ist... Unausweichlich. Okay, wie schaffen wir das jetzt hier raus? Lauf. 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 Hoch. Nach oben. Müssen wir jetzt... Was? Darunter? Jo. Spreng. Und in der Ebene können wir dann... ...gegen den Tuk wahrscheinlich kämpfen. Mit irgendeiner krassen Waffe. Und wir uns den Kristall holen. Auf dich zumindest. Er speichert zumindest. Okay. Fühlt sich ein bisschen so an, als wenn wir jetzt die Wege alle... ...ähm... ...Ebene. ...als wenn wir jetzt alle anderen von den komischen Grafen ablaufen würden. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab's gesagt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne... ...Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann. Mich normal machen kann. Dann geh ich hier nicht ohne ihn weg. Ja? Und? Was ist hier von ihrem Vater? Dann los. Gehen jetzt zu Benevientor, ne? Reinigen den Kristall finden, Alter. Hab ich dir gesagt, als getan. Hab ich überhaupt ne Waffe? Ja, hab ich. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Benevientor, das Grüßen. Oh, das ist unsere Mutter. Willst du meine Freundin sein? Ja. Will ich. Hm. Der Kampf hier. Let's Play. Es ist Benevientor. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber, was soll das? Das ist ein Spiel. Ja. Und dann gehen wir jetzt zu diesem scheiß Puppenhaus, ne? Hm. Das Puppenhaus hätte ich besser machen können. Aber das Baby war auch krass. Was ist los? Ne, Alter. Okay. Ich hab jetzt nichts lesen können. Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Was? Irgendwas ist anders. Ich weiß nicht. Okay, jetzt wird's weird. Mhm. Das Kind verfolgt uns wieder. Och, nee. Ja, nee, okay. Das machen wir dann aber. Äh. In den nächsten... Fuck off. Der Speicher, das gefälligst. Du speicherst das jetzt so wie... Nein. Sollt speichern. Ich weiß nicht, woran es scheitern sollte. Okay. Ähm. Nehmen wir mal ein neues Ding auf. Okay. Jetzt hat er gespeichert. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal beim kleinen Scheißbaby. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020